Dein Setup ist fast perfekt. Die Monitore laufen auf Hochtouren, die Grafikkarte deines Towers ist erneuert, der Prozessor auf dem neuesten Stand der Technik und dein Gamingstuhl lässt dich die Rückenschmerzen von damals fast völlig vergessen. Dein einziges Problem? Dein Schreibtisch eignet sich auf Dauer leider nicht für stundenlange Häuserkämpfe und Squadbattles gegen den Endboss. Deswegen leidet deine Performance. So oder so ähnlich geht es vielen von uns. Deswegen haben wir für dich drei Gamingtische herausgesucht, die dich sorgenfrei zocken lassen, ohne an deine Gesundheit oder eine mangelhafte Haltung denken zu müssen. Beginnen wir mit dem GXT 711 Dominus von Trust Gaming. Für etwas mehr als 150 Euro wird euch hier viel geliefert. Die Vorderkante ist ergonomisch angebracht, sodass dir nicht die Blutzufuhr im Handgelenk und Unterarm abgeschnitten wird. Die Tischplatte selbst ist PU-beschichtet und macht so einen hochwertigen und robusten Eindruck. Keine Flecken von umgeschütteten Softdrinks mehr. Die 116 cm Tischbreite sorgen dafür, dass nicht nur ein Bildschirm, sondern sogar zwei nebeneinander auf dem Tisch Platz haben. So hast du alles im Blick und verlierst nicht den Fokus. Das Stahlgerüst, auf dem der Tisch steht, sorgt für ein angemessenes Gewicht von 22 kg und sichert einen wackelfreien Stand. Das Beste kommt allerdings zum Schluss. Ein Kabelhalter und ein Getränkehalter können zusätzlich angebaut werden. So hältst du die Tischfläche frei von allem, was dich am Zocken hindert. Der Eureka Ergonomic Gaming Tisch Z-1S ist nur ein wenig teurer als der Konkurrent von Trust Gaming. Eine Tischplattenbreite von 113 cm bietet genug Platz für alle deine Habseligkeiten. Ein eingelassenes Gaming-Pad sichert Rutschfestigkeit und eine stabile Spielweise. Ein Getränkehalter, eine Kopfhörerkabelhalterung und ein innovatives Z-Standbeindesign sorgen für zusätzlichen Komfort beim Zocken. Verstellbare Füße und ein Controllerhalter lassen dich deinen Tisch nach deinem Belieben anpassen. Wer es zudem noch stimmungsvoll mag, der wird von Eureka nicht enttäuscht. In die vordere Leiste sind LEDs eingelassen, die auch bei Dunkelheit ein gewisses Extra bieten. So ist dein Tisch nicht nur funktional, sondern wird gleichzeitig zum Einrichtungsgegenstand. Praktisch, oder? Mit einem Gesamtgewicht von knapp 25 kg ist der Z-1-S mit Sicherheit kein Leichtgewicht, aber die Menge an verbauten Features fordern schließlich ihren Tribut. Unsere Empfehlung für einen Tisch der mittleren Preisklasse. Flaggschiff unserer Liste. Der Arozzi Arena Tisch wiegt ganze 38 kg. Lohnt sich dieses Schwergewicht? Wir sagen, auf jeden Fall. Die konturierte Tischplatte lässt dich schon fast mit dem Rest deines Setups verschmelzen. Die gebogene Platte passt sich deinem Körper an und verursacht keine Druckstellen. Die Platte verfügt zudem über ein eingebautes Kabelmanagement, was die Kabel unterhalb der Platte entlang führt und so nicht die Arbeitsplatte unnötig vollstopft. Der Tisch ist so konzipiert, dass er bis zu drei Monitore inklusive Zubehör tragen kann. So baust du dir auf deinem Arozzi Arena eine Art eigene Fensterfront an Monitoren auf, die dein gesamtes Sichtfeld abdecken. Allerdings kostet diese Produktsicherheit auch etwas. Fast 300 Euro musst du für den teuersten Tisch unserer Liste löhnen. Wenn du aber auf eine saubere Verarbeitung, einen Tisch mit Stahlrahmung, optimierter Plattenverstellung und maximaler Tragkraft von 80 kg setzen willst, dann bist du hier trotzdem an der richtigen Adresse. Welcher der drei ist euer Favorit? Sagt es uns und lasst uns wissen, mit welchen neuen Themen wir uns beschäftigen sollen. Euer Feedback ist uns wichtig. Euer Feedback ist uns wichtig.